Meister! Lanzinger, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Disney hat sich ja jetzt das Franchise Star Wars gekauft. Heißt das, dass die Prinzessin Leia aus Star Wars jetzt eine Disney-Prinzessin ist? Immer zu zweit sie sind. Es gibt ja auch die Prinzessin Amidala. Das habe ich mir gar nicht gedacht, das stimmt. Mind blown. Aber die Frage ist wirklich, sind das jetzt Disney-Prinzessinnen? Hallo, wir werden euch heute anhand von Star Wars das Urheberrecht näher bringen. Obwohl Disney, Star Wars, Franchise, George Lucas und so weiter und so fort eindeutig amerikanisch ist und dort eher das Copyright Law gilt und Trademark Law, werden uns wir mit dem österreichischen Urheberrecht beschäftigen. Wie schaut das aus in Österreich? In Österreich ist jedes Werk einmal grundsätzlich geschützt. Also jedes Werk, das eine gewisse Werkshöhe hat, wie man das zum Beispiel in Deutschland nennt, wo es darum geht, dass ich eine gewisse Kreativität hineinstecke. Es heißt, wenn ich ein eigentümliches Werk schaffe, und eigentümlich heißt in dem Fall nicht ein komisches Werk, sondern es heißt, danke, sondern es heißt, macht nichts, danke, bitte ruhig. Viel zu lernen, du noch hast. Nun, auf jeden Fall, das eigentümliche Werk bezieht sich eben hier nicht auf eigentümlich im Sinne von komisch, sondern auf kreativ. Das bedeutet, dass ich, wenn ich ein Werk schaffe, das eben eine gewisse Werkshöhe hat, eine gewisse Kreativität aufweist, das so noch nicht da war und gewissweise auch nicht alltäglich ist, ich einmal der Urheber oder eben dann die Urheberin bin. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich habe das Rad erfunden oder ich habe das Feuer erfunden, das gibt es schon eine Weile und dementsprechend wäre ich hier wahrscheinlich nicht der Urheber, die Urheberin, sondern ich wäre jemand, der nicht weiß, dass es das Rad erfunden wurde schon, dass das Feuer bereits erfunden wurde und der sich jetzt recht freut, dass er in seiner Höhle endlich Wärme hat und sie mit einem Kreisel spülen kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich zum Beispiel ein Laserschwert erfinden würde, und damit meine ich jetzt nicht die Waffe eines Jedi-Ritters aus zivilisierteren Zeiten, sondern ein Ding, das wirklich so funktionieren würde, dann würde ich zwar ein Problem bekommen mit dem Namen Laserschwert oder Lichtschwert, weil es das schon gibt, weil es hier schon im Star Wars Franchise geschützt ist, aber die Technologie dahinter, also das Patent, was sozusagen das technische Urheberrecht ist, da hätte ich wahrscheinlich relativ wenig Problem damit. Gut, das bedeutet also, wenn ich etwas erfinde, dann bin ich einmal der Urheber. Und wenn wir heutzutage immer von Urheberrechtsverletzung reden oder Markenrechtsverletzung, dann reden wir eigentlich im Kern von den sogenannten Verletzungen der Verwertungsrechten. Das ist immer diese Sache mit Videopiraterie, Raubkopie, Rebellenallianz und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn ich mir Rechte anmaße, also mir Rechte nehme gewissermaßen, die ich so nicht habe. Man kann sich das etwas vorstellen, wie wenn ein Jedi von einem anderen das Lichtschwert nimmt, obwohl es dieses Lichtschwert, danke Max, eigentlich dem anderen Jedi gehört. Das ist klassischer Diebstahl. Machen die Jedis natürlich nicht. Nein. Oder wenn ein Jedi dann zwei Lichtschwerter hat, weil ein Lichtschwert ist ja immer die Waffe der Verteidigung, nicht des Angriffes, hat er eines zu viel, würde quasi dem anderen Jedi gehören. Und das wäre Diebstahl. Aber was ist, wenn der eine Jedi auf eine wunderbar gute Idee kommt, zum Beispiel wie er die Macht nutzen kann, um, sagen wir, etwas, was so groß ist wie ein Mond, aber dann doch kein Mond ist, zu zerstören. Und der andere Jedi, der klaut sich diese Idee, nimmt sich einen X-Wing-Fighter oder irgendetwas anderes, stillt sich einen TIE-Fighter, gut, das wäre wieder Diebstahl, am Imperium, da ist es nicht so schlecht, und fliegt dann hin und zerstört diese Basis, die so Mond-ähnlich ist und sagt dann, ja, das war meine Idee. Im Prinzip hat er die Idee geklaut und hat im Wesentlichen das Urheberrecht verletzt, wobei sich das Urheberrecht jetzt eben nicht unbedingt auf Ideen per se oder so Geistesblitze bezieht, sondern einfach auf Werke, zum Beispiel auf Kunst, Literatur, Film und so weiter. Wenn ich hier eben der Urheber, die Urheberin bin, weil ich ein Musikstück geschrieben habe, weil ich eine Geschichte geschrieben habe, die ich zuerst, sagen wir, in drei Teile verfilme und dann doch in neun plus zwei weitere Filme und eine Fernsehserie und ein Franchise und so weiter, dann bin ich der Urheber. Und ich kann dann bei anderen Personen sagen, ja, du darfst etwas damit machen, du darfst diesen Film nutzen, du darfst diese Idee nehmen und die Charaktere zum Beispiel nehmen, um sie in einem Buch zu verarbeiten oder du darfst das eben nicht. Das bedeutet, ich als Urheber bin automatisch immer auch der Verwertungsberechtigte und während ich das Urheberrecht an sich nicht weitergeben kann, also ich werde immer der Urheber sein, kann ich die Verwertungsrechte, nämlich zum Beispiel das Aufführungsrecht, das Vervielfältigungsrecht und so weiter, das kann ich weitergeben. Das bedeutet, ich kann das, was ich mir ausgedacht habe, an jemanden anderen verkaufen. Und genau das ist in Wirklichkeit hier auch passiert, dass das Star Wars Franchise genommen wurde von LucasArts, soweit ich weiß, und einfach an die Disney Corporation verkauft wurde. Das bedeutet, dass Disney das Vollrecht grundsätzlich erworben hat. Es muss noch sagen, okay, das haben wir vom George Lucas, also es muss noch die Leute nennen, das ist nämlich die notwendige Urheberrechtsbezeichnung oder die notwendige Bezeichnung des Urhebers, aber sonst kann es mit dem Franchise grundsätzlich machen, was es möchte, außer, ja Mike, tut es ja auch gerade, tut es ja auch gerade, aber das ist eine andere Diskussion. Aber kann es grundsätzlich alles machen, außer es wäre vertraglich vereinbart worden, dass zum Beispiel ein Charakter nicht sterben darf, sich eine Geschichte nicht in eine Richtung entwickeln darf. Hat man offenbar nicht, anders wären gewisse Filme meines Erachtens nicht zu erklären. Nichtsdestotrotz, übrigens, Star Wars Fans trotz allem, ja, schon, oder? Ja. 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 Gut, danke. Danke. Bitte. Weiter. Egal. Auf jeden Fall hat eben Disney die entsprechenden Rechte erworben, ist eben jetzt der Verwertungsberechtigte und kann dadurch mit dem Star Trek, äh, verdammt. Mit dem Star Wars Franchise natürlich. Das schneiden wir auch raus. Das schneiden wir raus, ja. Mit dem Star Wars Franchise natürlich das machen, was es grundsätzlich möchte. Also das Ganze auch entsprechend nutzen, um damit Gewinn zu machen. Also im Prinzip, wie ich einen Gegenstand verkaufen kann, kann ich auch ein Recht verkaufen. Das ist das, was wir dann Lizenz nennen. Also im Prinzip hat Disney die Lizenz am Star Wars Franchise erworben. Dadurch ist es jetzt eben auch möglich, Bücher, die von LucasArts gewissermaßen als halboffiziell, also als Semi-Kanon anerkannt wurden, jetzt im Nachhinein zu sagen, na, das war eigentlich ganz anders und hier eigene Filme zu drehen, die Figuren entsprechend zu verwenden, die Figuren auch mit neuen Schauspielern zu verwenden und eben das Ganze entsprechend zu monetarisieren. Dementsprechend zu deiner Frage, ja, wenn man es streng sieht, es kommt natürlich darauf an, wie wir Juristen sagen, ist die Prinzessin Lea und auch die Prinzessin Amidala sind beides Disney-Prinzessinnen und wenn sich Disney entscheiden würde, dass im nächsten Film einmal etwas mehr gesungen werden sollte, dann wäre das theoretisch möglich. In diesem Sinne, Möge die Macht mit euch sein. Möge das Recht mit uns sein.